Johohohoho und damit willkommen zurück zu Darkseiders so ihr seht von der letzten Aufnahme jetzt bin ich ganz woanders und zwar ist mir beim Aufnehmen der PC abgeschmiert also hat sie abgeschaltet Sicherung ist bei mir rausgeflogen und dann war mein Netzteil im Arsch mitten im Aufnehmen also fehlt hier eine halbe Stunde glaube ich und zwar muss ich in vier solche Dinge rein und gerade keine Ahnung mehr wie das heißt weil das ja schon zwei Wochen her ist und davon habe ich nämlich zwei Stück schon verstört hier ich weiß nicht ob man die Maus sieht hier oben irgendwo war eins und hier oben irgendwie ja und davon habe ich leider keinen Speicherstand mehr weil man das ja nicht ahnt und ja hätte ich mir mal nochmal sicherheitshalber so einen weiteren Speicherstand machen sollen naja ist ja auch egal jetzt kann man nichts machen dann würde ich sagen weiter geht's bevor ich hier zu viel rumplapper weil ich muss Horden an Gegnern platt machen nachher zwei hatte ich schon gemacht und beim dritten ist das dann irgendwie abgeschmiert fragt mich nicht warum was habe ich denn für ein FPS Video also normal ist 30 bei mir klein und schwache Feinde kann jetzt sofort getötet werden jederzeit sofort große Gegner müssen erst gelähmt bevor sie erschlagen werden können töteten sie einen kleinen oder gelähmt Gegner mit B das wäre dann zack und zum nächsten Gegner und zum nächsten und zum nächsten meistens klappt das wenn ihnen nah genug dran sind dass man alle auf einmal gehen kann dass er gleich zum nächsten springt zack oder so macht man das einfach zack 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 und zack weg mit ihr herrschlige fledermaus bämm 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 zack 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 und 30 stück musik von den hässlichen sichern ich glaube da kam noch ein großer und bei den scheiß großen ist das natürlich abgeschmiert weg hier boll zack 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 auch hier ist irgendwas zu gehen zack und du auch weg boah ey zack 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 und weg mit dir ich brauche wieder leben er damit und zack bämm 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 weg mit dir wieder ein bisschen reinkommen und da ist der fettsack ich sag ja dass da noch einer kommt ouch hä pfff meine güte ey was war das denn eben wieso bin ich dann bitte schon so schnell gestorben hab ich gar nicht mitbekommen weißt du wenig leben noch gehabt wegdrücken geh nicht man ey toooole scheiße ey he he eeeh 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 und und du auch noch vier minuten zeit habe ich ja die hässigen viecher das fällt euch ein zack und zum nächsten er ist mal weg da er ist mal weg da weg mit dir weg mit dir weg mit dir zack 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 kann man hier auch irgendwie blocken zack 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 weg mit dir zack 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 und bämm und zum nächsten aber zack 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 und weg weg wow und weg weg hier und weg mit dir du hässiges Missfie da versucht mich zu kriegen dafür kriegst du das von mir und du das zack bam 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 du fliegende Missgeburt komm her das fällt dir eigentlich ein zack oh er sagt nicht da ist schon wieder einer weg hier wie sagt ja da ist schon wieder einer wow weg da bam 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 boi und weg mit dir ja da versucht er mich eben zu erledigen pfuh es wird ja immer schwerer boah ich muss mich beilen zack zack und du noch wie oh geschafft jemand 20 Sekunden nach meine Fresse ich brauche noch mehr Seelen dass ich noch mehr bessere Sachen kriege hallo achso stimmt ja ich muss das Ding ja kaputt machen pfuh Wut bekommen und Leben Leben hab ich genügend gibt's hier noch irgendwo was nö boi und weg hier boi meine Fresse vor Wut zerstör ich jetzt immer das Auto so wie viel Seelen hab ich denn okay ich geh mal gucken ob ich mir was Neues an Waffen holen kann mein Gott ey zack 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 erst mal die Grabsteine zerstören zack 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 was ist das da eigentlich kann ich keine Sau kaputt machen mhm entweder ja oder nein nein naja egal hätt gut was genützt aber kann man nix machen na was hast du wo ich ein teil von kriegs voll wieder herstellen auch nö aufzusingen Dämonen schneide äh ein aufwärtsschlister sowohl krieg als auch den feind in die luft befördert Oberschlitze 108 gewirbelte aufge... Aufschlitzangriff